Willkommen bei Puffischnapp.de in Empfing, eine Willi Schillig Inkleiner Garnitur der Spitzenklasse für Sie. 247 00 Miro aus der Hausausstellung im Spitzenstoff Q2 mit zwei Inkleinern. Erst schiebt er vor, jetzt kommt die Fußklappe. Und dann schiebt er nochmal vor. Höchste Bequemlichkeit in einer ganz kopischen, strengen Optik, mittelfester Sitzkomfort, einen Stoff Q2, den ich jedem empfehlen kann, der nicht immer aufpasst, weil es ist eine reine Kunstfaser. Sie können hier alles rausbekommen, Rotweinflecken, Nutella, alle Spuren einer nächtlichen Orgie gehen weg. Diese tolle Garnitur, wirklich einen tollen Sitzkomfort, übrigens die Kopfstütze kostet 69 Euro extra, weil nicht jeder will sie haben. Ich finde sie hier sinnvoll, weil eben, Sie sehen es jetzt hier, jetzt habe ich den richtigen Knopf, es sind nur zwei. Hier habe ich jetzt keine Kopfstütze, dann habe ich zwar auch eine gute Bequemlichkeit, aber mir fehlt ein bisschen was. Ich kann jetzt noch runterrutschen, aber jetzt mit der Kopfstütze war es einfach noch etwas bequemer. Sie können auch noch eine zweite nachkaufen, dem Fachhandel kein Problem, das Modell ist aktuell, der Stoff auch. Die Garnitur ist sehr kompakt, sehr klassisch, wird nie aus der Mode gehen. Diese Optik überlebt alle Moden und Sie brauchen einen Platz, 2,67 Meter links und 2,27 Meter rechts. Also das ist links davorstehend und das ist rechts, also sehr kompakt gehalten. Wenn Sie eine klassische Garnitur in einem pflegeleichten Stoff mit vollintegriertem Auszug sitzen wollen, dann ist Miro ein echtes Schnäppchen für Sie. 1.950 Euro sind der Witz, die Gruppe liegt normalerweise bei 4.000 Euro. Schnappen Sie zu, Abholpreis, Lieferung, Versand möglich, 199 Euro. Am liebsten ist es mir, Sie setzen sich ins Auto, fahren hier nach Empfingen, setzen sich drauf und sind dann noch überzeugter. Wenn Ihnen das soweit ist, schauen Sie, wie ich sitze. Ich bin 1,83 Meter, ich sitze hervorragend, ich habe Rückenprobleme. Diese Garnitur würde ich mir selbst vom Sitzkonfer her kaufen. Und jetzt bin ich ruhig, der Erste schnappt, sind Sie das, würde mich freuen. Dankeschön und Tschüss.